Hallo, mein Name ist Amina Abdelkader, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Nüstenbach. Ich fange bei der Volksbank Moosbach meine Ausbildung zur Finanzassistentin an und bin als erstes in der Filiale in Aklasterhausen eingesetzt. Ich freue mich auf euch. Hallo, mein Name ist Michelle Bobel, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Seckach. Bei der Volksbank Moosbach mache ich eine Ausbildung zur Bankkauffrau und bin am Anfang in Oberschefland und ich freue mich auf euch. Hi, mein Name ist Nicole Gottfried, ich bin 18 Jahre alt und am 1. August 2022 hat meine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Moosbach begonnen. Am Anfang werde ich im Volksbankshop in Kaufland in Moosbach eingesetzt. Ich freue mich, euch dort anzutreffen. Ich bin die Marie Morsch, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Dallau. Ich werde das BA-Studium machen und in der Filiale in Farnbach eingesetzt sein und ich freue mich schon sehr auf mein Studium. Mein Name ist Leonie Ludwig, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Redersbach. Ich beginne eine Ausbildung zur Bankkauffrau und werde vorerst im Finanzzentrum in Moosbach eingesetzt. Ich freue mich sehr auf meine Ausbildung. Hallo, mein Name ist Alisa Dulski, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Neckar-Elz. Bei meiner Ausbildung bei der Volksbank zur Finanzassistentin bin ich auch ebenfalls in der ersten Zeit in Neckar-Elz eingesetzt und freue mich bereits darauf, Sie kennenlernen zu dürfen.